Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge von Pokémon X Randomizer Nasdaq Challenge. In der letzten Folge ist... In der letzten Folge ist, äh, ja, sind so ein paar Sachen passiert, so große Up und Down, sag ich jetzt mal. Ähm, schaut einfach rein, es war eine sehr lustige Folge auf jeden Fall. Ähm, und ja, wir sind auch jetzt hier angekommen in, keine Ahnung wie die Stadt heißt, hieß mich tot. Und Shantara City, wie heißt die Stadt davor? Warte, wie, ich kann ja eben gucken, wie die hier hieß, die Stadt. Die Stadt heißt Tempera City. Genau, da sind wir angekommen und jetzt erkunden wir hier noch ein bisschen die Stadt, denn ich brauche unbedingt ein Pokémon Center. Bevor wir dann da nordöstlich noch, äh, nordwestlich noch surfen können. Uuuuh, Expertengurt holen wir uns ein. Könntest du Wahlbänder kaufen? Kopffossil. Was ist denn jetzt hier los? So, wir haben mal ein paar Wahlbänder und auch nochmal zur Expert-Rütte. Also, das ist ja echt nice. Waren wir da jetzt drin noch nicht? Nee, ne? Noch in seinen Schall. Wow. Ja, Profi-Angel, nehm ich auch. Leider kann ich hier nicht angeln in der Stadt, glaub ich. Das Pokémon Center ist echt oben. Oh, wie ätzend. Ja. Welcher Attacke ist die Rede? Trägt er an, wenn er kein Item so verursacht, diese Attacke sehr viel schaden mit dem Gegner. Akrobatik. Eiszabfagel. Ui. Und da es ja, glaub ich, Akrobatik ist, weil es, glaub ich, immer die Themen gibt, die sie auch dann anspricht, kann das tatsächlich auch Iopteryx. Warum hat er eigentlich keinen Namen? Ach ja, wegen den Forcieren, ne? Ja, dann scheiße ich auf Schaufler. Ich glaub, es ist eh nur ca. 60 hier. Nice. Ähm, ja, dann heile ich meine Pokémon, glaub ich, so. Sprudel. Und Sprudel. Und... Aufwecker für Samuel. Passt. Das passt. Gut, dann, ähm, warte mal, wir haben das Hotel noch gar nicht gesichtet. Gesichtet? Ich hab hier's eh nix drin, oder? Ist hier was drin? Ich hab hier, glaub ich, irgendwie nie was drin. Was hat er gesagt? Wenn du mir ein Pokémon zeigt, dass besonders zutrittlich ist. Lanzi ist doch schon lange dabei. Glücks-Eye. Glücks-Eye. Oh, geil, zum Trainieren. Das ist echt gut, danke. Das ist echt nice. Komm, geh mal hinterher nach vorne. Hände ich doch gar nicht gekämpft. So, hier oben? Ist hier oben noch irgendwas? Moin. Moin. Band des Lichens. Was ist denn ein Band des Lichens? Aber da ist dieser O-Kraft-Fuzzi schon wieder. Den lass ich da jetzt einfach mal O-Kraft-Fuzzi sein. Alles klar, dann gehen wir mal kurz noch zurück. Denn wir können da voll noch surfen. Und zwar hier. Ah, ich hab wenig Schutz, ne? Ah, egal. Was haben wir denn noch? Wie viel Schutz? Hier. So eine Sackgasse? Azurbucht. Oh, hier haben wir noch einen Encounter. In Azurbucht haben wir noch einfach noch einen Encounter. Das ist so ein gern. Wow. 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 Oh, es lächelt mich einfach nur an. Dieser Ruf, ne? Brandstempel! Das sieht auch geil aus. Oh, das ist Psycho, ne? Aber macht nicht viel. Dim, 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 dim. Bam! Dieser Ruf, ey, ist so geil. Und ein Knuffhänser. Ja, irgendwie hast du nicht so die geilen Monsters erwischt. Ach, da kriegst du einen Brandstempel ab. Mhm. Er hat kurz Wiggle Wiggle gemacht. So, wenn der Schutz ausläuft, können wir uns hier noch echt noch ein neues Pokémon empfangen. Bap, 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 bap. X-Bad, ui. Mh, skim auf dem Server. Och, ne. Ich hasse Verwirrung. Bitte. Oh, nice. Ich bin verwirrt. Nicht so viel Schaden, wie ich hoffe. Bitte kein Konfu-Strahl. Sternschau ist okay. Oh, ich hab's. Irgendwie hab ich's. Äh, ich wusste es irgendwie. Nice. Aber Tintoxa bleibt cool und surft dieses X-Bot ins Meer. Die Schwimmerinnen können gleich hierbleiben. So, Schutz abgelaufen. Pokémon, du kannst kommen. Da ist es. in seinen Counter für Azubucht ist. Ein Rosana. Ist okay. Ich mag zwar nicht Rosana, aber es ist okay. Ich nimm's mit. Haben wir schon Eis-Pokémon? Ich glaub nicht. Zwei. Drei. Danke. Ähm, wie häng ich dich? Du, gute Frage. Wie hießen die noch mal? Die eine. Bop, 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 bop. Wie hieß die denn? Bop, 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 bop. Ich habe bei mir hier geschrieben. Ich habe mich eigentlich gerade nicht nachgedacht. Was gäbe es denn hier noch? Oh, geil. Och, Mann. Gerade wäre es so cool gewesen. Oh, das ist jetzt typisch. Ich spüre mich jetzt nicht. So, äh. Was ist denn hier hinten noch? Soll ich ein Item, oder? Akku wäre. Nicht so, das ist kein Item. Weil geht das hier raus? Hä? Kein Item. Okay. Ich habe bald keinen Schutz mehr, ne? Das ist halt echt ein bisschen belastend. Ich weiß nicht, weil das so groß ist, Alter. Ich bin so raus, was Y angeht. Und X. Hier ist nichts mehr. Was noch ein Item? Ewig stein. Wow. Was hängt ein Typ drauf? Luftkampf. Alter, mal da, ist ja noch irgendwelche Items. Da. Eine rote Flöte. Wolle ich nicht. Noch irgendwas? Nö. Okay. Nein, ich wollte nicht mit dem Fahrrad fahren. Ich brauche mal einen Überblick. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich gehe auf den Sack. Nachrichten habe ich selbst. Ich brauche Schutz bald. Wieder. Warte, kann ich jetzt hier aus? Von hier? Warte mal. Nein, ich will kein Foto machen. Ich will nur gucken... Dein Maul. Ich will nur gucken, ob ich hier... Wo ich hier bin. Danke. Ich bin Trainer. Ja. Ich habe eine Weiterentwicklung in der Megaform. Da bist du neidisch, ne? Oh, dumme Pflanze, du. Alla mein Nero. Und nicht Psycho. Nee. Doch. Dann hast du... Kein Bock. Oder bist du und nicht Psycho? Ich bin halt lost. Bist du, oder? Ich glaube ja. Haha, Boynheim. Ja, bist du. Das tut dir nämlich ganz schön weh. Alles klar. Ich glaube, da oben... Oh, ich surf drei Schritte, Geist. Oh, ich will dich haben. Nein, ich muss ja für einen Rufsana kriegen. Da ist doch die Höhle, oder? Hier ist aber Gras. Papiere, Beere. Wo ist denn die Höhle? Eigentlich irgendwo eine Höhle? Ich verstehe gar nichts zu hören. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Bam, bam, bam. Okay, die ist gerade einfach nur geradeaus. Aber das ist noch eine Schwimmerin. Die nehme ich auch noch mit. Schwimmerin, und dann muss ich nach rechts und dann nach links. Dann komme ich in die Höhle. Was ist denn in die Höhle? Ich brauche jetzt mal den letzten Schutz, glaube ich. Ba, 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 ba. Hm. Duschen wieder. Du bist ja nämlich auch irgendwie Dauergast, oder? Das macht ja gar keinen Schaden. Na, dann machen wir was anderes. Ach so, du kriegst auch keinen Spezialverteidigungsjob. Ah, cool. Ja, genau. Also, ich kriege auch immer beim ersten Mal. Digga, es ist halt wieder lächerlich. Lächerlich. Bam, bam. Bam, 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 bam. Oh, ich bin ein Schädel. Bam. Das macht Auer, ne? Weck mit dem. Der hat plus der Eingriff, plus der Verteidigung. Gift-Tieb? Ich glaube, ich vergesse den Brandtüppel wieder. Ich glaube, Gift-Tieb ist mir zu wichtig, um das nicht zu erlernen. Die anderen drei Moves sind mir auch zu wichtig. Karat, und nicht schon wieder du. Ne, ich greife dich nicht physisch an. Das kannst du knicken. Geist dich schön speziell an, aber mit wem? Ah, jetzt mit ihm, mit Blättertanz. Basta-da-da-dan-dan-dan. Und jetzt geht's ja auch Durchbruch. Und weg mit dir. Ciao. Und jetzt muss ich... Warte mal, jetzt muss ich wieder ein bisschen hier... Von hier aus da rein. Aktuell ist hier verschwommen. War ich mir so schlecht. Bitte was? Ich hätte einen Despoter haben können. Und ich hab den Despoter-Nieten. Jetzt muss ich eigentlich komplett flachsen. Und ich versuche, um diese Dreckshülle zu finden. Ich glaube, die war jetzt weiter oben. Einfach hier und der ist weiter nach oben. Okay. Ich hab jetzt einfach schräg hier, weil sie nach oben. Da ist du, glaube ich. Mein Gott, ey. Gibt's hier einen Counter? Scheint nicht. Ich hab jetzt noch zehn Sekunden hier rum. Neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Okay, hier gibt's nix. Gerade. Na dann, Server zurück. Ganz viel wir in den Encountern. Yay. Ich freu mich jetzt schon. Puh, 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 Puh. da 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 voran durch waren tat wir sind es euch wieder so ich habe jetzt hier auch einen Trauball gefunden links ähm wo es da oben halt zur Bucht geht und sind jetzt hoffentlich endlich unten ohne Encounter das gibt es nicht das ist äh typisch und jammer einmal ist auch cool jetzt endlich weg vom Meer und weitergehen ja hat sich's gelohnt bestimmt hat sich's gelohnt ich meine wir haben Rosana gefangen aber den auch angeln können eigentlich der Profi angeln aber ist ja eigentlich egal ist eh random so dann können wir jetzt endlich nach der oberen Hälfte fahren es ist doch schon mega Bisa Floor und mega Lucario die haben Despot an die ich hab Anfaust an die ich hab alles oh nice fliegen ist auch gut das ist auch sehr nice bla bla ja können wir jetzt nach oben fliegen äh fahren und damit wir noch ein bisschen was auch spannung mäßig im Part haben kämpfen wir noch gegen die Rivalen die hat ja gesagt dass sie kämpfen will äh ja aber erstmal heilen auf jeden Fall und Schutz holen heilen Schutz holen und ja die Trainer äh die Menschen die schmacken die Menschen die Leute hier schon mal ein bisschen anfragen und vielleicht gibt die neue hier irgendwelche items nicht auch nicht äh Schutz bitte super Schutz ja flütze glaube ich reichen ja was sagt kaufen irgendwie sortieren Kategorie was bräuchte nicht äh stein ich kann weg noch irgendwas eigentlich nicht ne eigentlich die rest kann man eigentlich irgendwie gebraucht er war beides ich erinnere miche sachen ap plus nee nee und du ja auch nicht wirklich himi bären stück normal blablabla ist hier noch irgendwas gibt mir hier irgendwann noch was das wäre schon sehr dufte wie gesagt wir machen gleich auf jeden Fall noch den Rivalenkampf wenn wir ein bisschen was auch im Kampf an Campen haben oh Musik ist wunderschön nein ich will die Musik hören ähm wunderschön ach ja so also die Musik weg geht wenn ich rausgehe hier geht's ich kann nicht lang ah ja ich sag jetzt ich hab jetzt einfach mal gar nix weil es halt wie absolut frech ist irgendwelche Items da unten auf jeden Fall noch sehr stopp check Käfer-Tagen na gut dann komm mal her Rivalen 6 Pokémon hat sie ich sehe wie ist sie 36 36 37 38 bin ich mal gespannt Wollt normal aber Level 38 ja was hab ich mir gedacht ähm ja 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 du Nadel Ach, nicht so viel, oder? Nee. Krieg Beutenden im Schaden. Und nun du und alle ab. Max Horn ist auf jeden Fall down. Außer flinch mich, oder so. Aber das Spiel ist nicht zu mir. Das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen. Jetzt gehe ich wahrscheinlich voll aufs Maul. Siaogon. Warum kommt die... Ich habe bei der gar keine Angst. Ich habe bei der überhaupt keine Angst. Spupel, ja, aber das geht ja niemals. Nee. Wow, die tankt das. Poison. Das geht, nice. Hätte ich nicht gedacht, dass das ausreicht. Der mit 39, perfekt. Hukara? Hat die nichts gemein, Dings? Autsch. Natürlich. Weiß er trotzdem aus. Aber warum kriegen die jedes Mal ein Omnibus? Das sind 10%. Punga. Geh mal raus jetzt, äh, in... Bello. Ah, das könnte wehtun. Ach komm, spielen wir es safe. Wenn er mich jetzt crittert, könnte ich sogar sterben. Der geht einfach... Oh, ich war ja... Ja, ja, Eisabfagel stimmt. Da war ja was. Hm. Hm, 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 hm. Damierplex. Okay. Droh, das ist nicht so geil. Hab ich noch den Nahkampf drauf? Der hab ich eigentlich aufn Nahkampf. Okay. viel ja trotzdem irgendwie sirene ist ja schon irgendwie bist du scheiße das war nix meine freundin das war nix das war nur ein toll gut dann haben wir unsere pokémon und gehen dann machen der nächste arena nächsten partie arena dann würde ich sagen bedanke ich mich schon mal fürs zuschauen wenn es euch gefallen hat lasst eine positive wertung da und dann sehen wir uns das nächste mal vierte orden und ja ist dann und ciao 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 ciao